Ja, hallo, hallo, hallo und grüße euch. Herzlich willkommen zurück in Among the Sleep. Jo, leider musste ich die letzten beiden Level jetzt gerade offline nochmal neu spielen. Ich habe es beendet, zu einem Zeitpunkt, wo noch kein Speicherstand angelegt worden ist. Also, wir sind wieder zurück bei der Brokkoli-Frau. Oder dem Brokkoli-Mann. Und da hinten ist sie. Und ich hoffe, das Problem ist ja, mein Langzeitgedächtnis ist ja ziemlich dürftig. Manchmal, stellenweise. Ich glaube, wir müssen dort hinten hin, damit wir diesen Level auch abschliessen können. Finde ich nicht witzig. Okay, ja, dort müssen wir hin. Ich hoffe, die Brokkoli-Frau kommt nicht. Dabei, ich habe es ja schon mal geschrieben und erwähnt auf Twitter, ich mag Brokkoli eigentlich. Aber nicht in dem Spiel. So, komm, hurry up. Ich möchte das jetzt nicht nochmal spielen müssen. Oh! Ich habe es gebannt. Hahaha. Huli, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Glaubt mir kaum. Ein Jumpscare, der mich erwischt hat. Wobei, naja, gut, das ist nicht schwer. Jumpscares erwischen mich verdammt leicht. Nicht euer Ernst. Okay, wir haben noch das Basel-Teil. Ist jetzt die Tür wenigstens offen? Ich habe die doch geöffnet. Bitte lass die Tür offen sein. Ich möchte, wie gesagt, ich möchte es nicht nochmal spielen. Da geht in Deckung. Da hinten, da hinten! Brokkoli! Gib mir Messer und Gabel! Aktion, weg mit dem Brokkoli! Ich hoffe, die Tür ist offen. Ich möchte jetzt nicht nochmal... So, ich glaube, wir sind in dem Fass sicher. Ich weiß es nicht genau. Aber wir können gleich weiter in den Baumstumpf. Puh! Ja, ich gebe zu. Brokkoli hat mich erschreckt. So, wir müssen da nach vorne hin. Lauf, kleiner Mann! Lauf! Oder Krabbel! Whatever! Hauptsache, du kommst hier durch. So, wollen wir mal in Deckung gehen? Nicht euer Ernst! Ist es tatsächlich... Ist es zu? Ist es offen? Dann weiß es nicht. Okay, wir gehen jetzt da mal. Es vibriert schon wieder. Hallo? Ist da wer? Nee. Okay, Gott sei Dank. Es ist offen. Wir können da weiter. Kann man dich nochmal aufheben? Nee, brauchen wir nicht. Weg! Hippi! So! Wow, wow, wow. Ich finde das total unheimlich jetzt gerade. Okay. Weg! Weg, sag dich! Wow, wow, wow. Es ist sicher hinter uns. Es ist hinter uns. Ich will da... Wow! Ich muss zugeben, ich habe tatsächlich etwas Angst. Und ich glaube, an der Stelle haben wir die letzte Folge beendet. Hätte ich nicht gedacht. Aber das Spiel schafft es tatsächlich, so etwas wie Angst zu erzeugen. Oder Panik. Panik ist, glaube ich, das bessere Wort. Angst. Na ja. Gut, ich habe ein bisschen Gänsehaut. Gebe ich zu. Aber wir sind... Wir sind ja auch zwei Jahre alt und haben Windeln an, die mittlerweile bis zum Anschlag voll sind wahrscheinlich. Mal sehen. So, letztes Puzzleteil. Ist das unsere Schwester? Ah, jetzt sind die weg. Jetzt können wir endlich weiter. Da war doch gerade so ein Baum oder so. So, genau. An der Stelle haben wir beim letzten Mal beendet. Und diesmal sollte ich tatsächlich aufpassen, dass ich nicht wieder... Einen々. Aha. Es ist jetzt keinen Sinn denn die Lade zu öffnen. Dass wir nicht wieder... ohne Speichern aussteigen. people, können da Ich glaube es kann nie verkehrt sein, da hinten, da hinten leuchtet ein S, warum? Nennen wir uns beim Namen an S. Der Schlimme ist ja, ich weiß nicht, wo wir hin müssen, da hinten leuchtet Licht. Im Zweifelsfall würde ich ja mal sagen, Richtung Licht. Wir versuchen es. Krabbel, Krabbel, Krabbel! Jo, es hat etwas von Outlast, muss ich zugeben. Sicherheitshalber, wir gehen da mal in die Kro. Komm, ich häng fest! Oh nein! Okay, hier können wir drüber. Ich glaube wir krabbeln nicht so verkehrt. Verdammt. Es ist keine Deckungsmöglichkeit. Da, unter die Couch, unter die Couch! Hurry up! Wow, da hinten! Dabei sieht es gar nicht wirklich auf, ich brauche. Eher wie Spinat! So, wir schaffen das. Gleich mal weiter unten durch. Wow! Da kommt jetzt lange nichts. Da kommt jetzt lange nichts. Brägt uns Teddy was? Nee, Teddy kann aber nicht verwenden, solange wir krabbeln. Macht ja auch Sinn, wir brauchen die Hände zum uns fortbewegen. Ach egal, auf geht's! Hallo Kerze! Ah, jetzt häng ich fest! Oh, gleich weiter! High Speed Crabbling! Müssen wir hier lang? Da hinten ist aber schön hell. Was ist denn da hinten? Oder müssen wir hier lang? Hier müssen wir lang? Andererseits da hinten gab's ne... Wow! 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 Wir sind safe! Wow! 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 Wie ist denn, von der Kleidung her könnte das unsere Mami sein, der heißt Kammus Blattstunden. Was mir aufgefallen ist, ganz am Anfang, als wir unseren Geburtstagskuchen bekommen haben, da hat's doch kurz geläutet und da gab's ein Paket, wo wir dann Teddy bekommen haben. Ah, jetzt muss ich wieder aufstehen. How to make you? wo wir Teddy bekommen haben. Und... Oh, oh, oh. Kommt das jetzt nochmal? Wo wir Teddy bekommen haben, so dritter Anlauf. Und ich bilde mir ein, es gab einen Streit an der Tür, oder? So, woops. The next memory. Next memory. Hey, Mommy. Ah, it's your book. Listen. They had not dug far before it started to rain. Quickly, climb out, or they'll be trouble again. See, the little bunny is climbing out of the hole. Ich mag die Melodie, die sie so mitschen. Schwups. Loading.